Ich bin's Marvin und heute ein neues Horror-Gang und zwar Rottenfleisch. Genau, vergammeltes Fleisch. Wir sind auf der Suche nach unserem Hund. Der ist verloren in der Kanalisation und wir müssen den rufen, aber das Mikro hört uns. Und nicht nur Rocky kann uns hören, da unten schlummert auch irgendwas in der Kanalisation. Was uns ebenfalls hören kann. Genau, das kann uns auch hören, also es ist mit Mikro verbunden auf jeden Fall das Game. Fleisch ist deswegen gerade Mikro ausgegangen. Kann auch sein, dass das so connected oder das Game beeinflusst lassen kann. Aber ja, wie immer, wir haben nicht weiter gespoilert, wir wissen uns nicht, was abgeht. Reins ungewisse Leute, Fettelraum hoch für mehr kranke Horror-Games. Ja, aber ihr wisst Bescheid. Let's go. Let's go. Äh, wenn du Fußschritte hörst, kannst du dich unter Tisch verstecken. Okay, okay. Hat man nicht gerade auf Deutsch eingestellt? Habe ich eigentlich auch gedacht, dass es Deutsch ist, aber... Was zur Hölle? Vielleicht ist er gleich noch Deutsch. Ja, vielleicht. Vielleicht hast du viele beste Freunde, aber dein Hund hat nur einen. Zwar uns. Roy heißt der Hund. Er ist verschwunden. Das kann ja echt passieren, dass der Hund einfach verschwimmt. Ja, wenn dein Instinkt hat, irgendwas verfolgt. Genau, und du gehst die ganze Zeit hinterher. Und auf einmal landest du in irgendeinem Kerker, Alter. Ist schon realistisch. Oh, okay, wir suchen den. Oh, shit, Roy, Bruder. Fällt uns unterwegs, Leute. Wovon, wo kommen wir eigentlich? Ah, von da. Ah, von da runter. Okay, okay. Ist wirklich ein Gulli. Oh, hier ist noch abends. Reingeslippt. Stell dir gleich mal vor. Oh, shit. Oh, das ist ein Hund. Oh, ein Laterne. Oh, die Lampe, nice. Interagieren. Hä, da sind diese Sounds. Hängt da irgendwas? Was für ein Geräusch, Alter. 100 Leben. Wie können wir am Leben? Krass. Ja, man. Gesundheit. Jetzt gucken wir mal die Sachen öffnen. Ich glaube, kannst du nicht. Habe ich die Lampe schon in der Hand? Achso, drück mal Tab. Verwenden. Okay, bei Tab stehen die Ziele. Drück nochmal Tab. Finde den Dog Roy. Und finde einen Weg durch das Gitter. Okay, dieses Gitter. Ah, durch dieses Gitter hier. Oh, da ist irgendwas. Hä? Was ist das denn? Oh, du vermisst das Bild. Eine Frau, die vermisst wird. Was ist das? Oh, du. Oh Gott. Oh, du hast eine Riesentaschlampe. Du hast eine Taschlampe oder was? Ja, aber das ist, glaube ich, ein Eiseling. Äh, irgendwas fehlt da. Irgendein Rad. Irgendein Rad müssen wir finden dafür. Okay, wahrscheinlich irgendein Ventil oder sowas. Oh, oh. Boah, wir hören den Hund, ne? Der hat schon gebellt gerade. Oh, stimmt. Wo ist er, unser Roy? Roy? Bist du das? Aha, eine Bierflasche. Hä? Was ist das? Oh, okay. Es will deine Haut. Um wieder menschlich zu sein. Oh, mein Gott. Yo. Irgendeine gehäutete Kreatur oder was? Die will unsere Haut. Da hängt wieder was da oben. Okay, diese Geräusche. Was ist das für Geräusche, ja? Da hängt wieder ein Bild oder so. Hier. Yo, sind das die Opfer, die da gefangen genommen wurden oder was? Und ich glaube, diese Psycho-Leute da sind auch stolz drauf und wie Trophäen, die da hängen. Ja, Mann. Okay, slip runter, Bruder. Welche Geräusche, Alter. Der L, Alter. Das war ein Ventil oder so. Ah, das brauchtest du. Für die Tür. Okay, meistens. Perfekt, ja, Mann. Aber da war noch ein rechter Gang, ne? Gleis. Also, nach dem Kartonster. Ah, ja, stimmt. Das war nach rechts. Oh, dein Licht geht nicht firmer. Oh, shit. Yo. Was war das? Wer war das, Mann? Okay, ich glaube, ich hab's einfach noch. Ach so, bist gegen gekommen? Ich dachte schon, ich wär irgendwie nicht fertig. Dein Licht geht nicht firmer, ne? Okay. Aber es waren noch mehrere hier. Okay, noch ein Bild. Was ist das? Irgendein Ampelmann? Okay. Das ist, glaube ich, ein... Hat der ein... Ein Bein am Bein? Ein Roboterbein? Also ein... Ein Eisenbein oder so. Ja, Mann. Mach mal die Taschenlampe aus, Bruder. Ach ja, ich kann die ausmachen. Die geht immer leer ran. Äh, wie kann man das... Ja, drück mal Doppelklick oder so. Oder L oder so im Spiel. So, F quasi zumal. F, L. Shit. Oder ein Mausrad drehen. Ah, ist weggepackt. Ja. Alter, Blut. Wir blinken einfach im Spiel. Ah, hier ist es noch eine. Ach so. Kann ich jetzt nehmen? Nein, die ist fest. Das ist nicht schlimm. Okay. Okay, wir haben das Ventil. Ja, Monstream-Light nicht vergessen, Leute. Okay, ist dran. Mhm. Das Tor zur Hölle. Fast random Kartons stehen da in einem Gulli einfach rum. Warum stehen da Kartons in einem Gulli rum? Ja, Mann. Maximal. Oh, da liegt noch was. Noch ein Bild. Hey, überall Bilder. Aber meistens Frauen, ne? Alle, die... Das ist wie eine Lehrerin. ...von die Kreaturen hier gepackt wurde, oder was? Ich weiß nicht. Oder alle, die hier vermisst sind, ne? Oder er hat die Hänge gemacht, die Bilder. Das ist noch ein Bild. What the? Yo, er wirft Basketball. Oh shit. Er will spielen vielleicht einfach nur. Schön zacken, Leute. Ja, Mann. Oh, Mann. Keinlich, ein Backbruster. Da kam der nicht auch einer rausgefallen? Da kam auch, also er hätte ein Ball waren. Aber zurückgeworfen, dann hat der wieder zurückgeworfen. Okay, ein Kind? Mit Basketball? Mit Basketball. Von dem denn der Basketball? Noch creepy. Das macht es gerade noch gruseliger. Was sind das für Geräusche? Oh, Mann. Da lag was unten. Was ist das? War eine Ratte? War eine Ratte, ey. Lecker. Höh, das ist irgendein Tier. Ist das eine Ratte? Eine Ratte, Alter. Wo? Ist da irgendwo ein Baby? Kann das sein? So ein Monster-Babys. Das ist schon wie ein Baby. Oh, man kann sich verstecken. Oh, oh, Leute. Man kann sich schon verstecken. Oh shit. Scheiße. Rattenproteine. Oh, haben wir Rattenbrutproteine? Na gut, durchbraten. Damit die ganzen Keime abgetippt. Oh, mein Gott. Ich finde einen Weg durch die Tür. Okay, brauchen wir wahrscheinlich... Oh, lecker, lecker. Schüttel oder was hier? Lecker Pizza. Ja, Leute, kann doch gar nicht so schlimm sein. Wenn ihr eine Fettpizza legt. Noch einer. Okay. Aus wie so ein Google-Bild. Ja, Max Mustermann. Max Mustermann. Oh shit, unser Licht geht nicht mehr lange. Ach, du heilige. Was sind wir denn hier? Oh, Mann, da ist ein Arm. Ach, du. Alter. Was hängt da? Teddys? Puppen, ne? Ja, Mann. Gute Puppen, Alter. Oh, die Körperteile. Das sind die Geräusche die ganze Zeit. Oh, ein Schlüssel. Okay, einfach auf einem Serviertablett. Oder da hängt ein Tor so einfach. Boah, das ist echt. Echte Körperteile. Ja, Mann. Was soll alles sagen? Schlüssel. Was war diese Flasche? Öl. Öl. Ah, dann kannst du in Licht ziehen. Zieh mal ins Licht. Dann hast du neue... Oder irgendwie verwenden. Doppelklick oder so. Kombinieren. Ah. Ja, mit Licht. Genau, klick aufs Licht. Jetzt hast du... Ah, boah, jetzt haben wir wieder 100. Ah, 300, okay. Okay, nice. Öl, wichtig. Öl kann unser Licht voll machen. Unsere Öllampe. Bruder, da liegt ein Bein, Alter. Öl? Stromkasten? Hey, das ist das. Noch ein Bild. Okay, noch eine Frau. Wieder eine Frau vermisst. Oh, shit. Gelbe Jacke. Okay, mehr ist ja nicht aus. Okay, wir haben den Schlüssel, ne? Wir können durch die Tür. Das ist das ja. Oh, shit, was war das? Alter. Oh, shit. Oh, mein Gott, da geht's weiter. Wo ist die Tür? Ist das hier? Geht's da durch? Nein. Okay, okay, okay. Pass auf, pass auf. Oh, mein Gott. Oh, der chillt hinter der Mauer. Er sollst du verstecken? Er chillt hinter der Mauer. Ja, Mann. Wo war denn, wenn du dich versteckst? Bro, geh schnell. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter. Geht da durch. Oh, okay. Oh, shit. Oh, Leute, die läuft hier aus dem Intro, die ganzen Zeit. Ja, Mann. Nehmt ihr die. Oh, ich dachte, jemand kommt. Ich dachte, jemand kommt. Oh, Gott. Yo, geh da rein, geh da rein. Oh, mein Gott. Geh da rein. Chill, 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 kurz, chill, kurz, chill, kurz. Oh, kurz, chill, ne? Okay, ist der mitgekommen oder so? Ich höre mich drin, ne? Wer redet da? Ich frage mich, wie nah ist der jetzt dran? Ist der direkt hier? Ja, da ist auch irgendein Radio, glaube ich. Wollen wir den wieder rausgehen? Ich weiß es nicht, Mann. Was da abert der? Der kommt vom Radio. Ja, vom Radio. Bluff. Bro, da macht die Scheiße. Hey, ruhig. Bro. Boah, schreitmaschine? Weder loot hier. Hä? Oh, Roy's Dings. Ähm, Kals Krause hier. Oh, haben wir aufgesammelt. Schreibe einfach einen Brief? Hä? Unser Abschiedsbrief oder was? Okay, krass. Ach, kannst du Zettel da reinmachen? Okay, anscheinend. Warte, lass ihn nicht deine Haut nehmen. Okay, die wollen die Haut nehmen, Alter. Oder, warte, unten stand auch noch was? Oder, er läuft unter Männern? What? Was ist denn jetzt Ruhe? Oh, shit, da ist ein Gesicht. Alter. Ach, du. Ah, nee, ist eine Maske. Kann ich anziehen? Nein, das ist ein gehäutetes Gesicht. Da sind wir einer von denen. Oh, shit. Da kann ich gar nicht nehmen. Ich will mir das tarnen. Was ist mit der Leiche da? Bro. Einfach ein Schädel. Also einfach ein Kopf. Okay, guck mal, was mit der Leiche da ist. In dem Schrank. Ah, der fehlt der Kopf. Hey, war das nicht ein Typ, der Kopf? Das ist wie eine Frau, ne? Das ist wie eine Frau, aber... Okay. Was ist da? Was ist das los? Diese Wand. Okay, ein paar deren Opfer. Es tut mir leid. Okay, diese Bilder. Ja, der hat ein Souvenir aufbewahrt. Aber was ist das für eine Psyche, in der ihr Leute einfach häutet? Boah. Oh, shit. Okay, lasst die Tür einfach weg. Und die ganzen Leute hier hat er auf dem Gewissen. Okay. Roy. Wo bist du? Er antwortet einfach. Ich glaube, der hört uns wirklich. Roy. Alter, du kannst schon jetzt zurückziehen. Da, Mikro. Mikrozeichen. Roy. Roy, komm. Krass. Roy, Junge. Roy. Roy. Ist das Speichern oder so? Ich glaube, das speichert ab. Ich kenne das noch von Resident Evil. Ah, locker ist das an so einem Holzpull-Ding. Roy. Roy. Okay, einfach hinterher seine Stimme. Okay, verstecken kannst du dich hier wieder? Ja, falls er kommt. Ja. Roy. Roy. Oh, shit. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube schon. Aber da war die Hundestimme, ne? Ja. Krass. Ich glaube, man muss schnell wegrennen in diesen Schrank. Ja, man muss sich schnell verstecken. Okay, nice. Sehr gut. Okay, wild. Okay, gut. Der erste Mikrofon. Vielleicht müssen wir auch leise sein, wenn das Monster ist. Okay, wir locken ihn an. Da ist direkt ein Schrank. Ich schreie jetzt. Warte, gehen wir in die Ecke? Komm her, Junge! Okay, wir müssen. Was ist das? Jetzt rechts. Genau, direkt rechts. Voll aus Reflex in die Arme. Die Entflinchkeit ist voll. Ja. Da ist der Schrank. Hier ist der Schrank. Direkt dahin rennen. Direkt rechts. Ja. Okay, geh. Ich geh sogar so. Genau. Ich mach trick. Oh! Das ist nicht einfach nur. Oh! Das sind einfach nur Beine und Hände. Ja, das waren Beine. Der hat kein Kopf oder kein Tor, so nix. Kein definierbarer Körper. Bro, was ist das? Oh shit, der hört. Oh shit. Oh shit! Oh shit. Just take the reason here. Was war das? Code, aufschreiben. Aufschreiben, 6 6 3 6. Ok, Munition oder was ist das? Die Kajout hier. Munition. Richtig. Waffe und... Wer ist hier? Du kannst unter den Tisch gehen. Ok, ok, ok. Wir müssen gleich Roy rufen, damit wir wissen wo der ist. Bruder, der hört richtig gut, der Typ. Ey, ist zu crazy. Der hört ohne Ohren besser. War eigentlich Lampe und Waffe gleichzeitig? Ich glaube nicht. Gucken wir nochmal Tab. Was wir alles machen müssen. Wir müssen alle 4 Hinweise finden. Roys Namen Tag finden. Roys Leine. Roys Knochen Spielzeug. Und Harness. Ok, noch eine Menge zu finden. Irgendwas haben wir aber von dem schon. Hier, einmal das Halsband. Wir müssen alles finden. Ja man, wir müssen abspeichern. Oh! Halt! Junge, spruchst du die Birne weg. Boah! Träge! Boah! 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 Geh da runter, als ob der uns nicht sieht so. Dann sehen wir das bei uns doch. Das ist mein bester Körper. Meine und Hände. Ich würde gerne abziehen. Auf die Schlaghaus. Geschirr. Okay, nice. Das war das Geschirr. Geh runter, runter, runter. Schnell, 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 schnell. Oh, shit. Okay, wir machen kurz ein bisschen leiser. Geh hier nochmal da lang. Das Geschirr. Mal testen, wie stark die was ist. Ja. Du musst 5 Schüsse alle auf den Treffen. Ich hoffe dann ist er tot. Am besten den Kopf. Aber der hat keinen Kopf. Ja stimmt. Mit einem undefinierbaren Körper. Mit einem Bauch oder so. Das ist eine blöde Maus. Das ist perfekt. Ja, die snitchern einfach. Die isst einen auf. Mäuse und ein Rad. Bauen wir wieder so ein Rad. Okay, das ist ein. Was steht für das Gitter? Super. Wir müssen das Gitter aufbauen. Ich glaube dahinter ist so. Kein glaub. Hölle ist real. Ja. Das führt zu diesem... Wo wir das... Oh, shit. Soll ich ihn abknallen? Komm, versuch. Knallen ab, knallen ab. Komm. 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 Die raffst du wahrscheinlich nur viel Mäuse. Ja, für den bringt das nichts. Okay, wissen wir jetzt Bescheid. Okay. Er ist zu stark. Man muss ja auch mal wissen, was abgeht. Ja. Also, nochmal dieses Halsband ein. Ja. Ja. Wer redet da? Dürfen wir jetzt reden oder sollten wir leise sein? Ja, so leise geht. Ich glaube, wenn rot ist, dann ne? Rye ist dahinter. Wir müssen ein Rad finden, um das Gitter aufzumachen. Geh unter den Tisch. Geh unter die Schnelltische. Okay, ist echt ein Mäuse, die Waffe. Da ist ein Tisch hinter dir, falls ihr kommt. Da ist auch ein Tisch. Guck mal drauf. Was war das? Medizin. Da weint jemand. Voll nah, ne? Ja, Mann. Geh unter den Tisch kurz. Da ist die Läge, die Geisel. Die ganze vermisst du. Vielleicht können wir sie sogar befreien. Ja. Ah puh. Er kann nichts machen, wenn wir nicht. So. So. Ja, aber der bleibt. So. So. Oh mein Gott. So. Oh shit, was ist das denn? Alter, ist hinter mir? Nein. Gas. Geht ab und zu. Stark. Da kommt der nicht rein, oder? Nein, nein. Das ist Versteck. Lol. Da ist noch jemand. Boris. Boris Bruder. Willkommen. Versteckt. Versteckt. Lebt da was? Ah, Absprecher. Oh, nice. Okay. Was haben wir hier? Medizin. Nein, Magazin. Okay, Roy ist in der Nähe. Ich glaube wir brauchen noch dieses Ventil. Soll ich die schon nachladen? Ja, das ist automatisch, glaube ich. Guck mal. Lad nach, lad nach. Ah ja, fair. Macht Schluss. Okay. Roy ist auf jeden Fall links irgendwo in der Nähe. Können wir noch ein bisschen heller machen das Game eigentlich. Stimmt, ne? Aber besser so. So. Nicht so laut, Bruder. Nein, stimmt. Links. Ja, da können wir nicht durch. Der kommt hier nicht rein? Wir sind gefangen. Was ist das? Was? Das ist ein Bett, Alter. Oder was? Das ist ein Babybett. Was war das? Nimm mal Lampe raus. Äh, Mausrat einfach. Das ist ein Babybett. Ja, einfach so ein Baby. Okay. Können wir die Fässer aus schießen? Schieß mal auf einen Fass. So, vielleicht. Da ist da was drin. Okay, nein. Okay. Okay. Das ist ein Sackkasten, ne? Ja. Also war nur der Schreibtisch eigentlich. Geht immer nach links und nach rechts. Zum Speichern. Ja, guck mal links. Ja. Okay, Sackkasten. Wie passt das? Das ist gut zum Verstecken. Also nur zum Speichern? Roy! Roy! Ich glaube hinter der Ventilwand. Ich glaube wir brauchen das Ventil. Okay, jetzt sind wir durch. Wir gehen mal zurück. Bro, er kommt wieder angestappt. Wo ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? What the hell man? Bro! Ihr hört mir die Hand vor das Gesicht. Alter! Junge! Das war ein Geistgecker-Jumpskimmer. Boah, der Prater-Bank. Nein, nein, nein. Boah, das war jetzt gerade echt creepy, man. Rennen, Bruder, rennen. Schreibt? Schreibtmaschinen war da? Ja, war nehm. Ja, okay. Geh schnell ein Schrank. Geh Schrank, geh Schrank. Seht euch, geht euch. Oh ja, kommt wieder an Schrank. Oh ja, kommt wieder an Schrank. Der König. Da geht ja raus durch. Ich sag was ja. Da waren wir. Links. Links. Achso. Aber hier waren wir noch nicht. Ich glaube er ist da wohl. Alter. Woher kommt's? Nichts. Die wollen dass man schreit. Bruder. Geh rechts. Geh rechts. Oh shit. Die wollen dass man schreit. Woher kommt. Wegen dem Ding. Ok da waren wir noch nicht. Wir müssen dieses Ventil finden. Eigentlich passt alles schon abgecheckt. Geh rechts. Eing. 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 Wegen des da noch was? Wichtig. Oh. 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 Wollen wir nachladen? Oh shit, krass. Da geht auch noch was ab. Was hängt da oben? Oh shit, das war Metro. Riesenmensch. Bleib verbogen. So, Rens. Such erstmal ein Versteck, bevor die abgeht. Wow, Alter. Wer war das? Was war das? Gestalt oder was? Ganz zusammen Versteck. Aus. Alles gleich. Aus. Geh nochmal in den Mittelraum. Also da wo diese... Oder... Ja. Wie viele Räume gibt es hier? Alter, das ist so groß, ne? Ja man. Wir wollten da nur Roy finden, Alter. Ja man. Das ist ein halb Mensch, halb Boris, Alter. Pass auf, der kommt. Und jetzt kommt's mal. Lol. What the hell? Ah, da ist ne Schreibmaschine. Oh, der ist hier. Warte, da war ne Schreibmaschine. Geh nicht mal zurück. Rechts, rechts, rechts. Das weiß ich nicht. Erstmal hast du wahrscheinlich. Leute, wir sind soweit. Roy! Roy! Jetzt gehen wir das Ganze. Roy! Roy! Roy, wir kommen. Roy! Okay, wir kommen. Was ist das? Yo, Bro, wie geht's? Roy! Oh, shit, Alter. Yo! Drück nochmal Tab. Wir haben irgendwas von ihm gesammelt. Okay, sein Lash haben wir. Nice. Wo ist das? Mhm. Boah, Bro. Ich warst zum Versteck gesuchen, weil der hört uns ja. Aber da bist du safe. Der kommt hier nicht durch. Wegen dem Unterdrucken. Oh. Wir brauchen Brecheisen. Roy! Hoi, Statement! Ist das nicht mehr da, Broder? Das war eben da. Der wird die ganze Zeit transportiert, ne? Oh, mit Wein? Auch entspannend. Das ist auch verkannt. Geh durch. Oh, was ist das? Oh, ich bin da hart. Oh, das ist eine Waffe. Schauen wir schon, gucken was hier noch geht. Aber wo geht's jetzt nur lang? Ich bin auch zurück weg vom Monster halt. Ich hab das Gefühl, der sieht uns nicht. Wenn wir leise sind vor dem Stehen, der sieht uns nicht. Geh schnell rein, geh rein. Da muss irgendwo ein Schacht sein, oder? Oh nein, wir sind wieder back. Links war... Alter, du kannst dich auch da drunter verstellen. Bro! Wir müssen echt ein Ventil finden, Alter. Shit. Aber auf jeden Fall waren da noch Türen da, diesen einen blutigen Raum. Der kam dann leider. Ja. Bisschen, bisschen. Bisschen. Ja. Boy! I'm here, boy! avh Das ist so gut. 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 3-1-schatz 12.1 12.1 12 12 12 12 12 12 12 12 Das macht Sinn, der abzuspüren. Ich weiß nicht, dass er von daheim gekommen ist. Da waren wir ganz am Anfang. Haben wir irgendwas erreicht? Speichert trotzdem mal auf. Ja, dann ist ja auch abgespeichert. Das geht gar nicht. Au, weil wir schon benutzt haben. Das ist immer so gezwungen, abzuspüren, wenn man noch weitergekommen ist. Das ist so groß. Das ist richtig groß. Ich bin gespannt, nach dem Versteck wieder hin. Wir brauchen nur ein Ventil. Das kann nicht sein. Wo ist das? Gar nicht so leicht. Ein bisschen leiser. Ja. Schön. Das nehmen wir in die Speicherei. Ach, das kann ich nicht. Das ist das Geld schon drauf. Ich werde mal verpacken jetzt wieder, weil ich es so doof gespeichert habe. Wir haben einfach neben den gespeichert, Bruder. Leute, ich wusste nicht, dass das Game so krass ist. Das ist ein Dichermarsch. Das ist ein Dichermarsch. Das kann ich nirgends noch verstecken. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, der kommt schon wieder jetzt. Der nervt mich. Ist schon mal in Ruhe diese Dinge. Hier ist Code. Hatten wir den schon aufgeschrieben? Ja. Können wir nicht benutzen. Das sind neue Augen, irgendwie. Oh, ist echt neu. Oh, wie duckt man sich? Oh shit, nice, fuck. Ah, 6-6-6-3-6. Einer Code schreiben nochmal 6-6-3-6. Let's go. Let's go. Let's go. Wow, leider nicht mehr lebend. Rest in Peace. Oh, das ist ein Spielzeug. Okay, noch zwei Sachen finden von Roy Boy. Das ist natürlich eine Menge, ne? Aber wir finden alles außer Ihnen irgendwie, ne? Ich frag mich mal, wann kommt das Bild von Rocky da, ey? Okay. Oh, hier sind die, die wollen nur ein Leichen. Franke Hausnummer, ey. Okay, was bringt dieser Raum jetzt hier? Das war nur sein Ding hier drinnen. Hä? Ist neigesperrt. Noch ein Code? Oh, das war der, ne? Da kam wieder er, ne? Warte. Key-Password. Es wurde resettet. Warte. Wir brauchen ein neues Passwort. Wir brauchen ein neues Passwort. Oh, shit. Da muss es ja Möglichkeiten geben. Dann kann ich nicht zur Lampe switchen, Alter. Okay. Ah, 2, 1, 2, 1, 7, 4. Um wieder zurückzukommen. Wir merken uns auch mal, Leute. Was geht's hier? Yo! Yo! Hä? Weiter! Ach du Sche... Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Schnell, 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 schnell. Was war das jetzt? 2, 2, 7, 4? 1, 2, 1, 7, 4. Oh, shit. Wo du raus gehst, du redest. Bro, die kommen einfach. Mach auf, mach auf, mach auf. Bitte, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? 2, 1, 7, 4. Oh mein Gott! Es geht nicht! Alter, wo geht das schon mal? Warte, da stand noch ein Code. Bro, die kommen einfach. 1, 7, 8, 2. 17, 82. Oder? 7, 8, 7, 2. Schreibt alle einmal in Chat. Alles reinschreiben, alles reinschreiben. Oh shit, die wollen's essen! Die haben Hunger! Zehn Jahre hab ich's gegessen. Okay. 1, 7, 8, 2. Komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was war der andere? Was war der andere? 7, 8. 7, 8. 78. Komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Okay, wir haben schon gespeichert hier. Shit, Alter. Das ist ein richtiger Maß. Einfach eingesperrt werden. Oh. Wir sind irgendwie noch im Schockzustand. Vekbums Antidepressiva würden jetzt helfen. Von wo kam er? Von hier oder von da? Aber beide sind ja sehr ähnlich. Guck mal. Oh mein Gott Junge, was passiert hier die ganze Zeit? Dann scheinen sie mir richtig. Was geht da jetzt rein? Was ist das? Oh, ne Map. Wie? Kann man die Karte drauf machen? Wir haben ne Map. Och du Heilige. Guck mal da wo wir sind. Guck mal da wo wir sind. Da ist ein rot markiert. Ach du Scheiße. Wenn du dich ja versuchst. Ach du Heilige. Ist ja auch Rocky eingezeichnet. Okay, wir brauchen Ventil, ne? Missing Velvet. Ich komm mal an bestimmten Stelle weiter. Ich guck gerade. Lockiert Barrikaden. Es steht irgendwo Ventil. Das ganze Ding ist einfach da wie Rindmann. Ja, Mann. Wo sind wir? Fühlt sich das auch an, ne? Das ist verrückt. Das ist wirklich crazy. Oh! Bro! Was ist denn? Mein Abgang! Das kann ich nicht rein! Aber die Karte haben wir jetzt. Eigentlich sind die Karte. Da lag aber nichts, oder? Hm. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn das? Wo ist denn? Wo ist denn? Hallo? Das ist gar nicht hier in der Nähe. Wir brauchen, der ist echt hinter diesem Gitter. Wir brauchen unbedingt ein Ventil machen. Ich hab mich mal durch. Junge. Bringts für Ende mit der Ratte. Dump the Ratte. Okay, hier brauchen wir ein Dings. Achso, auf eins kommt Taschen. Ein Brecheisen ohne. Oh shit, der ist dann... Roy! Roy! Ist jemand, wo Roy ist von euch? Der schon? Ja, das geht gerade. Da haben wir auch irgendwas gefunden. Sehr gut, Alter. Oh, ich hab das Speicher. Irgendwas hat man da gefunden. Oh Gott. Ey, wie creepy hier alles ist. Ganz von unter Beobachtung, ey. Ich wette, man kann nicht mal stehen bleiben, ohne dass irgendwas kommt. Oh, wie wichtig. Roy! Da war wieder jemand. Was ist da mit dir eigentlich? Oh shit. Anscheinend hat der Raum nur Bedeutung gehabt. Da müssen wir hin. Hölle. Kommt. Geh mal lang, guck mal, wenn du nix rein kannst. Ja. Ich muss verstecken. Ich versuche in diesen Raum zu gehen. Irgendwo ist das. Was? Waren wir da nicht? Nee, waren wir da nicht. Hä? Kommt da gar nicht hin? Oh shit. Oh, nehm die Medizin. Voll zu leben, oder? Ist das Medizin? Nein, wir haben gar keine. Was? Oh mein Gott. Keine Medizin, oder? Leute, wir haben gerade nur 14 Leben. Shit. Egal, ich habe frisch gespeichert. Waren wir hier schon? Doch, hier waren wir. Kann sich die Map nochmal ausschauen? Gucken, wo jetzt sind wir. Okay, wo sind wir? Ach shit. Da haben wir die Map nur gefunden. Aber wo sind wir gerade? Mannequins? Musik? Ach so, dieser Musik-Room. Hanging dolls, dolls, body parts. Ich hab gedacht, das ist immer ein Zeichen, wo wir gerade sind. Ich denke mal, bei Fragezeichen ist immer was, ne? Mhm. Ach, Tür-Code? Ja, da hatten wir Roy's Dings gefunden. Da waren wir schon. Da brauchen wir gar nicht hin. Beim Musikraum müssen wir nochmal hin. Da ist auch ein Fragezeichen. Da ist auch noch was. Ja, Mann, das ist immer da. Leute, wir ziehen durch. Like den Stream. Teddy, spielen. Was ist das, Junge? Bro, die verdammte Rat, Alter. Ich bin verarscht, dass wir von der Ratte wegschauen gehen. Okay. Okay, hier? Ah. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Ja. Wir sind. Missing Bulb. Genau, wir können es immer orientieren. Missing Bulb. Da sind wir gerade. Das heißt, ich muss jetzt zurück. Rechts durch eigentlich noch. Ne, zurück. Hier. Missing Bulb. Ich muss noch kurz davor stehen. Ich glaube hier. Hier ist ein Ventil. Ja. Jetzt hier durch. Einfach links geradeaus. Ja. Das ist schon Musik drin. Ja. Mal gucken was da ist. Da wird die Verhalter erstellt. Ja, Mann. Das funktioniert. Hart ist gut. Oh Gott. Ja. Oh. Oh Gott. Der Kollege sieht mitgenommen aus. Kollege. Oh nice, 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 nice. Wild Leute. Boah. Endlich, Mann. Wir kommen. Wir haben das Ventil. Wir kommen nicht zurück, Mann. Hier drunter, Bruder. War klar, dass wir euch den auf den Nacken kriegen. Okay, das war das auf der zweiten zweiten Mal. Ah, da müssen wir den jetzt hier durch. Da durch? Ja. Okay. Okay, okay, okay. Alter. Der meint's ernst? Der will uns nicht hochgehen. Hö, der Typ ist weg und sein. Voll das noch aus den Armen. Boah, der hat den Stuhl geworfen, der Hund. Was? Damit der kommt, der... Junge. Alter, dieser Typ. Du musst doch verarschen, Alter. Der hängt da an der Wand. Einmal so mal aus den Armen. Entschuldigten, gedacht. Oah, ihr wart's. Okay, 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 nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ventil zu dem Raum, ne? Ja, endlich Ventil. Komm schon, komm schon, zieh durch, Bruder. Let's go. Endlich, Mann. So, neuer Raum. Wow, clean, Mann. Weiter geht's, rein in die Masse. Roy. Roy. Bell, bitte. Erlebt noch. Roy. Was dachte der, wer hier? Oh, sein Knochen. Oh, nice. Und Speiser, okay. Endlich, Mann. Okay, 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 wild, 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 wild. Du stark, du stark. So. Also, nur noch ein Ziel? Nur noch Roy finden, wir haben alles. Oh mein Gott. Nur noch seinen Schreien folgen. Okay, Roy. Bruder, er ist einfach. Roy. Nicht mehr hier. Rocky. Oh mein Gott. Roy. Rocky Boy. Rocky Boy. Wir halten uns auf Rocky. Wird er gerade gepackt oder so? Rocky wird gerade verschleppt. Roy. Roy. Wir haben Leckerli für dich. Er ist in der Nähe. Oh. Oh. Was ist das? Oh shit. Eilige Treppe hoch. Krass. Er ist auf dem Dachboden. Roy. Ja, Mann. Bruder. Was machst du die ganze Zeit? Was ist der da? Oh shit. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Du bist so Rocky geworden. Roy. Rocky der Mutant, Alter. Bro. Oh shit. Am Ende finden wir ihn. Er wurde zu einem grässlichen Mutant. Hat er sich jetzt getarnt als Roy? Oder hat Roy uns verarscht, Alter? Oder Rocky war schon lange tot. Also Roy. Shit. Unser Hund war schon lange tot. Kein Happy End, Leute. Ja. Schade. Aber krankes Game, Alter. Also war richtig groß. Ja. War echt groß. War heftig. Auch die Effekte und so. Ganz was anderes mal. Ganz was anderes. Crazy. Richtig geil, Alter. Leute, Daumen hoch für mehr solcher Games. Ja, aber wenn ihr was feiert, weitere Games kommen auf dem Niveau. Sir, Leute, abonniert den Kanal. Aktiviert den Glocken. Kein Bild soll passen. Yes. Wenn ihr wollt, checkt noch gerne unseren Merch ab. Legt in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Sonst würde ich sagen, bis zu der erste Video. Peace.